Das ist aber mal so richtig nach hinten losgegangen. Der YouTuber Tanzverbot musste sich in der Vergangenheit ja schon mit etlichen Hatern rumschlagen, doch kam schon von Anfang an mit einer Portion Selbstbewusstsein auf die Plattform YouTube. Nun sind aber Anschuldigungen bei seiner Community aufgekommen, mit der auch er eher weniger gerechnet hat. Es ging darum, dass ich gesagt habe, dass 12-Jährige heutzutage schon so aussehen wie erwachsene Frauen. Einige haben das wohl komisch aufgenommen und danach behauptet, dass ich Sex als Erwachsener mit Minderjährigen befürworte. Der YouTuber mit über 500.000 Abonnenten revidiert diese Aussage natürlich und zeigt seine wahren Absichten hinter diesen Äußerungen. Zwar scheint Tanzverbot vor allem über Snapchat sich auch mit Mädchen auszutauschen, doch versicherte er, dass diese immer von sich selbst behaupten, bereits volljährig zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.